Eines der besten Sommerdufter für unter 100 Euro ist der Mancera French Rivera. Ja, wir packen das ganze Teil mal aus. Wir sehen schon gleich, es ist die große Variante. Ganz typisch Mancera Montal-artig, die kleine Pappbox. Zack, zack, zack. Wir machen das Ganze natürlich auf, ohne groß reden. Damit es ganz kurz erwähnt ist, ich finde, der Duft ist eine großartige Alternative zum Afternoon Swim von Louis Vuitton. Und warum, weshalb, wieso erklärt ihr gleich? Wir nehmen das Ganze erstmal aus dieser Ledertüte raus. Ich habe mich wieder maximal dumm angestellt, aber YOLO. Ja, der Flakor ist in Blau-Türkis gehalten, so wie das Meer, so wie der Sommer, der uns jetzt in 2024 erwartet. Und wenn du eines der besten Sommerdüfte für unter 100 Euro suchst, dann ist das wahrscheinlich eines der besten Düfte. Warum ganz einfach? Wir haben hier so eine minze, frische, aquatische DNA. Im Hintergrund haben wir noch so eine leichte Blumigkeit. Und unterm Strich riecht das Ganze einfach wie das Meer, wie der Ozean. Einfach, ja, als wäre man am Strand. Das Ganze riecht so ein bisschen minimal salzig. Und ihr kennt wahrscheinlich noch diesen typischen Chlorgeruch vom Schwimmbad. Ja, das findet man auch so ein bisschen drin, finde ich. Was auch bemerkenswert ist, meiner Meinung nach, die Haltbarkeit. Die ist wirklich richtig gut für einen aquatischen Duft. Ich würde so sagen, locker 7 bis 8 Stunden, wenn es gut kommt. Leider reden sehr wenige über diesen Duft. Ich finde, unzurecht. Denn für dein Geld bekommst du kaum was Besseres. Den Duft und die Proben gibt es natürlich wie immer am FX Miller Onlineshop. Der Link ist in der Bio. Aber dafür musst du unbedingt das Plus wegmachen. Und dann können wir das Plus wegmachen.